Ich werfe euch die Smoke. Beiseite mit die... Und das ist kein Joke. Nice, zwei Smokes, Alter. Ja, doppelte Power. Und gestern. Hinter der Bombe. Instant, kann ich gucken. Er liegt hier vorne an der Mauer. Wir haben One-Shot. Oh, der war hinten Long. Ah, um die Ecke noch eine. Habt ihr den? Nein. Doch, den um die Ecke hatte ich. Versuchen wir uns hinterlaufen schnell. Nein. Einer war definitiv noch Long. Wenn der Backup macht. Ja, der andere hat 0-0-0. Der andere hat 0-0-0. Oh, ihr rechts außen. Oh. Let's go. Ja, ja. Kenne ich. Kenne ich, oder? Die anderen rasiere ich weg und den hier nicht, oder? Hauptsache, der AK ist schon Gold, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ich wollte schon sagen, Alter. Also, warte mal, ich mach wieder A mit, was? Ja. Ich mach mit dir. Let's go. Da ist auf jeden Fall einer. Stop, der ist. Einer vor Rolli. Oh, er ist Sniper. Einer vor Rolli, ne? Oh, ja. Ich hab dich. Eine, eine war Long. Eine Rolli vor, und eine Long. Wen hab ich? Rolli ist rein. Dann, da läuft der vielleicht, uh Rolly. Nice. Schön. Oder auch nicht? ... kassiert ich gehe mal rolli durch jetzt brauche ich ohne kam da keiner entgegen wir haben die bombe dann wieder eine mauer habe ich einen am raum habe ich letzte Raum Nette Schaltet Ihren letzten Spion aus Bombe online Mauer 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 Nice let's go Nicht übermütig werden diese Leistung müssen wir noch wahrbringen Pfff Oh schön gemacht Der haste aber den Kanten gezeigt Aber richtig Das Zielobjekt bewachen Trophys sind zerstört dort Pfff Pfff Pff 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 Pft Pff 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 Wir haben nur noch dich im Kampf. Die Bombe ist scharf. Schaltet Ihren letzten Spion aus. Ach, Digger. Der Eatbomb hat jedes Mal so Timelag bei mir. Jungs, wie sieht's aus? Danach noch eins? Ich geh dann nachher auf die Toilette. Okay, erlaubt. Larry muss doch dann hier raus. Ja, ich würde ja die Sucht wieder packen. Ja. Der muss ich mir aber einen Energy machen. Eins würde ich vielleicht noch aushalten oder zwei. Kommt drauf an wie lange Cleo bockert. Solange wir gewinnen und gute Laune ist, hab ich Bock. Ah, schlechte Laune. Streamt eigentlich einer von euch? Nee. Bitch war noch down, brauch ich noch nicht einmal. Jetzt ist es sich heute voll gelohnt, aber... Mitte ist offen Jungs, ne? Ja. Hier kam Smoke und sowas alles. Ja, ist hier auf jeden Fall eine Statue vor mir. Ja, ja. Ich geh gleich vor, wenn ich hier freie Sicht hab. Ich gucke auch gleich mal. Ich gucke was der ist. Ah, ey, der lag dort! Oh mein Gott! Deiner kommt durch links, zwei, eine runter. Er ist durch. Hier hinter uns. Oh! 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 Ich hab mich den gesehen, Alter. Ja. Ab durch neue Munition. Wir gehen wieder rein. Und jetzt? Sind die durch Mitte gekommen oder was? Ja, was machen wir? Ja, nochmal A. Komm. Komm mit. Also einer ist immer Raum hinter Bombe und einer geht Wall und Spray einfach. Ja, ich versuche Raum zu holen. Ich hab jetzt keine Smoke. Ich hab Smoke verloren. Ladungen erlangt. Auf Hinterläufer auch achten, ne? Raum ist keiner. Da braucht es auch Broly und so. Raum hab ich. Ich hab hinter uns so ein bisschen. Wenn der Rolli. Ah! Oh mein Gott! Ich hab aussen. Ich hab long. Eeeeeeeey! Wenn der läuft... Wahrscheinlich. Kann das sein, dass er angetäuscht hat und wieder Rolli kommt. Ich hab Rolli. Ich hab Rolli. Back. Beide Back. Einer durch. Einen hab ich. Wenn er da war, hüfte mal hoch. Treppe links. Immer noch. Jetzt muss ich nachladen, du Huren, Sohn, Alter! Ich spiel auf Zeitflüge, ich bin in der Bombe. Kommt vor. Er used die Bombe die ganze Zeit. So lächerlich, oder? Ja. Ich wollte den nicht pushen, damit Zeitdack nicht alleine ist. Erstmal schlägt er und dann holt er mich. Die kommen auf A nochmal, oder die gehen auf B? Schwierig. Macht ihr zusammen die Mitte? Jupp. Die Zielobjekte beschützt. Ich schmeiß den Trophy, ne? Bitte gesend. Trophy auf A. Hinten links A hinter Rolli. Angeditscht. Hinten links. Zwei Stück, eine Treppe, eine links rum. Mitte kommt jetzt vor. Rolli. Habe ich. Einer noch. Stun kam ja hinten bei A noch. Ich bleibe in der Mitte, ne? Die Richtung. Er kommt Rolli runter. Geht zu denen. Nach rechts zu denen. Jalla. Nice. Schön gemacht. Einer Sieg zieht den eisernen Vorhang etwas weiter auf. Go. Gute Arme. Okay. Hinten mich dreht, Leute. Hinten mich armer. Hinten mich dreht, Leute.